Lebt die noch? Lebt die noch? Ich würde die beiden persönlich gerne abholen. Sind die noch am Leben oder sehe ich da gerade ne Leiche? Susco, ich kann keine Leiche sehen. Dann kann ich ihm gar nix machen. Will dich mit dem Tod konfrontiert werden? Ja, alles gut. Susco! Will dich mit dem Tod konfrontiert werden? Du fliegst beim RTH mit und ein Jacksack passt bei mir mit. Okay. Warte mal nicht so. Und hier? Da bin ich schön schreißer. Ich glaube, ich noch weiß gerade. Der ist cool. Komm, dann läuft zum Krankenhaus 1 oder was? Komm, wir laufen zusammen. Bido, Bido, Bido. Ey, ich hab sogar ein Megafon, Susco. Echt? Ja, ja. Wieso, was machst du jetzt? Warte, Auto verkaufen. Oh. Ja. So, wer würde mir hierfür 10 Millionen geben? Noni! Sorry. Ich geb 10 Millionen. So, wer würde mir dafür 10 Millionen geben? Vielleicht das Geld hätte er, ja. Für den hier. Hallo, hallo, hallo. Hört ihr mich? Ist das deiner? Boah, Fusco. Wenn das jetzt ne richtige Versteigerung gewesen wäre, hättest du den jetzt einfach für 10 Millionen ergattert. Ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, wie kaltest du? Okay, seid ihr bereit? Ja. Komm, du kannst doch noch von höher. Ja. Seid ihr ready? Bring halt von Ganso. Oh mein Gott. Okay, ich komme. Okay, ich komme. Ahhhh. Spring von ganz oben. Spring von ganz oben jetzt. Nein. Okay, nochmal, nochmal. Wer traut sich von ganz oben jetzt? Ich? Was krieg ich? Ich will nochmal. Anerkennung und Liebe. Ey, ich hab mal echt ne Frage, wenn wir uns alle so hinstellen und wirklich so ein Sprungbrett machen, ob er dann überlebt, weil ich glaube, das müsste man überleben. Okay, ja. Wir müssen es aber ein bisschen weiter vorne, hier so hinstellen. Genau, aber alle in einem Kreis, also wirklich auf uns landen. Oh. Genau, oder? Das kommt nicht gut. Spring. 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 Oh mein Gott. Nein. Er ist genau daneben gesprungen. Er ist genau daneben gesprungen. Er ist genau daneben gesprungen. Herr Kostas, wir hatten da ein kleines Problem. Scheiße. Was habt ihr gemacht? Ja, nix. Das war ja selbst. Turmspringen. Er hat einfach 20 Verbandskästen dabei. Oha. Korruption. Oha. Korruption. Oha. Also Kostas, sagen wir mal so, er ist nebens Sprungtuch gesprungen. Er hat es knapp verfehlt. Er ist ein Stück zu weit gesprungen, ja. Kostas, kannst du uns jetzt mal ganz kurz zeigen, wie man den behandelt? Wieso haben sie 20? Pferdandskästen hast du dabei. Oha. Hä? Was ist dabei? Oha. 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 Können wir gleich so ein Juwe anfahren? Nein. Kannst du Startschmuck machen? Nein. Darf das LSMC eigentlich auch beim Gangwar teilnehmen? Nein. Nein, ich guck dir zu. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jack Hilton. Wo tut sie mit? Okay. Wir wollen noch eine Skala von 1 bis 10. 3. Brauchen sie irgendwelche Schmerzmittel, haben sie Drogen oder Alkohol zu sich? Nein, das hab ich nicht. Gut, alles klar. Dann guck ich mir das mal eben an. Oh, da ist eine kleine Stirbwunde, dann werde ich das einmal desinfiziert. Psst, psst. Okay, das hat ein bisschen wehgetan. Okay, dann werde ich das jetzt leicht abdrucken. Okay, das ist dann schon mal gut. Dann werde ich ihn da jetzt einmal ein bisschen mit kleinen Blätten drauflegen. Okay, dann machen wir da jetzt ein Verband. Welche Farbe wollen sie im Verband haben? Wollen sie grün, blau, rot und lila? Ich nehm roten Verband. Okay, das tut immer noch, wir brauchen sie wirklich kein Schmerzmittel. Nein. Wirklich nicht. Nein, nein, ich will kein Schmerzmittel. Okay, alles klar. Dann habe ich dir das jetzt einmal angeboten. Wenn sie noch weiterhin Schmerzen bekommen, kommen sie in zwei Wochen gerne wieder hier. Ansonsten. Okay, danke. Okay. Hallo die Dame. Hallo. Sind sie hier, um mit mir einen Kaffee zu trinken? Äh. Mit mir einen Kaffee zu trinken, tatsächlich? Achso. Schön, dass der Mann für die Dame antwortet. Wuff. Ha. 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 Fuck you an alle. Guck mal hier. Oh. Seht ihr das? Ihr kleinen Scheißkinder, fuck you doppelt, fuck you doppelt eins, fuck you einhändig böse, fuck you einhändig kopfgeneigt, fuck you einhändig neutral und fuck you rechts, links. Komm, Andermund, tritt mir in die Eier, los, tritt mir in die Eier, Junge, los, tritt mir in die Eier. Los, tritt mir in die Eier, ja, ja, was ist das denn, was war das denn, Alter? Wir können doch ne AVOX kurz so ein GPS-Ding machen. Ja, ich brauche erstmal tanken, bevor ich mehr abgüttchen. Ja, was machst du denn? Ich komme erst mal zurück. Hallo Junge, was machst du? A few minutes later. Das Landen ist ein Schiss, ja. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Nein, nein. Möchtest du dich auf meinen Schuh setzen, Barry? Ja. Und stell dich vor mich, ja? Und dann kannst du dich auf meinen Schuh setzen. Ich bin leider älter geworden, es tut mir leid. Aus Erfahrung. Aber wie eine Lady bitte, ja? So, haben sich jetzt alle am Abend gegrüßt, geknuddelt, was auch immer. Ja, ein bisschen noch rüber. Ja, sehr schön. Immer durchziehen, das ist ganz wichtig. Oh, das ist voll süß, guck mal. Kommen wir jetzt zu unseren beiden Problemfällen, Barry. Du hast gesagt, du bist unentschlossen. Na? Bist du anwesend? Hast du auch reden? Barry, du musst auch reden. Hallo? Echt mal. Ja, Barry, du bist unentschlossen, ne? Weißt du nicht, ob du bleiben sollst, weiß nicht, ob du gehen sollst. So. Dementsprechend darfst du dich, falls du Interesse hast, nachher gerne bei der Personalabteilung melden. Mit einer ZD-Note 8, denke ich, würde eine Einstellung sehr sinnvoll sein. Ja, Strasse! Entschuldigung. Elton. Ja? Elton weg. Wir hatten heute Morgen schon das kleine Elend. Ja, ja, genau. Muss ich leider mein Bein an ausdrücken. ZD-Note 8. Nein! Oh mein Gott. Dementsprechend Gratulation. Aber warte mal, wie viel hat mir zu der Neuen gefehlt? Äh, schon gesagt, sehr sehr knapp. Drei Punkte. Leider. Drei Punkte. Fuck! Drei Punkte! Drei Punkte. wear אחSAili Maria ذBa mit dir genommen. Musik